Möchtest du das Bett für deinen Wagen? Du schaust dir bereits unsere Tutorials an. Dann der richtige Reflex für Schnappschuhliste, auf der Mr. Auto abzukaufen. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Du findest die im Video verwendeten Bolt-Bremsbeläge exklusiv auf der Website von Mr. Auto und das Link in der Beschreibung. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Behälter für die Bremsflüssigkeit. Um die Bremsbeläge in deinem Auto zu wetzeln, musst du den vorderen Teil des Autos anheben und die Räder entfernen, damit du richtig an die Bremsbeläge herankommst. Lockere die Radbolzen an den Vorderrädern, hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt des Tutorial, deinen Wagen sicher anheben, anzuschauen. Danach kannst du die beiden Räder entfernen. Vergiss nicht, sie unter das Auto zu schieben. Drehe die Bremsscheibe nach außen. Das wird dir den Vorgang erleichtern. Schiebe einen Flachschraubenzieher ins äußere Ende des Langblocks an der Vorderseite des Bremssattels. Nutze ihn als Hebel, um den Bremssattel freizulegen. Dadurch wird der Bremssattelkolben hineingestoßen. Löse mit einem Stickschlüssel und einem 13 mm Einsatz die beiden Schrauben an der Gewindestange. Schraube sie dann von Hand ganz ab. Du kannst nun die Halterung entfernen und sie auf eine der Windungen der Tragfeder legen. Entferne die Bremsbeläge. Dazu musst du sie von der Bremsscheibe wegschieben. Wechsle die Geräuschdämpfer, wenn du dies möchtest. Reinige die Halterung mit einer Metallbürste dort, wo die Bremsbeläge hinkommen. Das erleichtert den Wiedereinbau. Bitte unterstütze uns! Like das Video und abonniere dich! Das war wirklich cool! Nimm dir die neuen Bremsbeläge zur Hand. Schmiere die äußeren Enden der neuen Bremsbeläge mit Kupferfett ein. Schiebe die neuen Bremsbeläge in den Bremsträger. Du kannst nun den Bremssattel und die obere Schraube an der Gewindestange wieder anbringen. Vergiss nicht, die neue mitgelieferte Schraube zu verwenden, die mit Schraubensicherungsmitteln vorbehandelt worden ist. Schraube zum Schluss die untere Schraube an der Gewindestange wieder an. Schraube sie schließlich mit einem Drehmomentschlüssel an. Du kannst nun den selben Vorgang auf der anderen Seite wiederholen. Danach kannst du die Räder wieder montieren und das Auto wieder auf den Boden stellen. Vergiss nicht, den Deckel des Behälters für die Bremsflüssigkeit wieder zuzuschrauben, bevor du den Motor anlässt. Achtung, bevor du dein Auto wieder fährst, musst du den Motor anlassen und ein paar Mal das Bremspedal pumpen, damit die Bremsbeläge wieder nahe an der Bremsscheibe sind. Denk daran, zurückhaltend zu fahren und auf den ersten 50 Kilometern scharfes Bremsen zu vermeiden. Vorgang beendet. Hallo, wenn dir dieses Video geholfen hat, like es und abonniert dich. Bis zum nächsten Mal.